Ein weiterer Stylus, diesmal von Vacom, das ist die Bude, die ansonsten Grafiktabletts macht. Der Stift heißt Bamboo Stylus Duo und Duo ist in dem Fall wörtlich zu nehmen, weil auf der einen Seite gibt es so eine klassische Kugelschreibermine, auf der anderen Seite den Stylus mit Gummiüberzug für alle Touchscreen-Geräte, für jegliche Software, es gibt da keinerlei Einschränke, obwohl natürlich Vacom gerne hätte, dass man seine eigene Bamboo-Up verwendet, die aber nicht so empfehlenswert ist. Egal, der Stylus ist gut, der Stylus ist so leicht angeraut, der schwarze Bereich, die Kappe, es gibt eine Kappe, die lässt sich auf beide Enden stecken und dann liegt er so ein bisschen nach hinten gezogen, ausbalanciert in der Hand, das ist ganz nett. Außerdem, die Kugelschreibermine und dieser Gummiüberzug lassen sich austauschen, falls das irgendwie mal sich abnutzen sollte in den nächsten Wochen und Monaten, dann kann man da für Ersatz sorgen. Kostet circa 40 Euro, ist kleiner als die meisten Kombi-Stifte, die ich so hier hatte und ja, wer den Anwendungsfall hat, einfach mal klassisch auf Papier zu schreiben und auf Tablets zu schreiben, der findet hier, glaube ich, eine sehr, sehr gute Lösung. Der Bamboo Stylus Duo. Der Bamboo Stylus.